Ich kann mich an eine Situation erinnern, die möchte ich niemanden auf der Welt gönnen. Ich lag bei uns auf der Couch. Dann kommt ein Anruf, Frau Protow ist dran. Er hat geweint am Telefon, habe ich gesagt, was ist denn los? Die Tochter von Semmy Kufa ist in Afrika in ein Schwimmbad gefallen und ist tot. Wir sind Freunde, wir sind Kumpels. Also, wenn einer Schmerzen hat, die andere empfindet seine Schmerzen. Es ist wie eine Familie. Jeder war in Liebe mit mir und hat mich gefühlt, wie ich bin. Jeder hat einen Traum und du musst nicht deine Träume aufhören. Semmy Kufa war unser Hero. Semmy Kufa war ein legend und ein brother. Das war es sehr schwierig für Biominik, Ich habe eine junge Frau aus Afrika bekommen und der Preis auf mich war $500,000 in 1993. Das war ein großes Geld. Und Uleones wollte nicht mehr Geld verdienen. Und dann sagte Uleones, das ist das, was ich wusste, das ist das, was ich habe. Wenn du nicht mehr Geld verdienen, für das Kind, für das Kind, er ist zu gut, dann würde ich das Geld verdienen. Dann hat Kufu die Faxen dicke, läuft einfach rein. Shiri Kuk ist noch beim Mauerbau. Plötzlich taucht Kufu auf. Der hatte sich aber nicht angemeldet. Und da er vorher schon verwarnt war, schickte ihn WM Shiri Kuk vom Platz. Warum? Warum denn nur? Es war wie eine Familie. Und ich als ein blacker Mann in der Gruppe, jeder mag mich. Ich schaue viel. Und wenn wir zum Training gehen, bin ich immer sehr ernst zu trainieren. Also die Jungen, die Jugendlichen, jeder war in Liebe mit mir. Und es macht mich fühlen wie ich am Hause. Das war mein hardestes Moment, wenn ich meine Frau verloren habe. Und die Information kam zu mir, von Tony Yeboah. und er hat mich telefoniert. Weil niemand konnte mich telefonieren. Also er hat mich telefoniert und hat mir die Information gegeben. Und wenn er mit der Information abbrach, die erste Person, die ich telefonierte, war Karim Potov. Semmi kam als 16 oder 17 Jahre alter Bosche aus Italien, wo er ja als Afrikaner angehört wurde und nicht so gut behandelt wurde. Und er wurde dann eben sehr stark betreut von meiner Sekretärin, von Frau Potov. Und damit natürlich auch kam er in meine Obhut. Und ich kann mich noch wie heute erinnern. Ich lag bei uns auf der Couch und habe irgendwie Zeitung gelesen. Und dann kommt ein Anruf. Frau Potov ist dran und hat geweint am Telefon. Ich habe gesagt, was ist denn los? Und dann kam die Brunnen, die Brunnen und die Brunnen, all die Brunnen, all die Brunnen sind in meinem Haus, um mich zu討ern. Und dann organisiert die Brunnen und die Brunnen in den nächsten zwei Stunden für mich zurückgekommen. Das sagt, dass sie über sie kümmert sich. Und die Brunnen war in Gana, bis ich alles fertig bin. Das sagt, dass diese Leute sind da für dich. Aber in Zeiten von Träumen. Und wenn ich Probleme habe, Wenn du ihm irgendwas gesagt hast, Samy, aber das geht nicht, Samy, du musst so spielen, du musst das machen. Was willst du denn? Lass ich meine Sachen hier machen. Aber wenn wir ihn so verstanden haben, der war ein sehr guter Spieler und mit sehr gutem Charakter. Where was I? Where were we? How did I get a drink, go, my hands, their 330? Was I get a drink, go, my hands, their 330? Was I get a drink, go, my hands, my head,Estrie the border? Amigo!